Hast du schon mal überlegt, regelmäßig Pull-Ups zu machen? In unserem heutigen Video erklären wir dir, warum das eine gute Idee ist und auch du unbedingt ab sofort mehr Pull-Ups machen solltest. Gib dem Video direkt ein Like und schau es dir bis zum Ende an, denn das lohnt sich für dich. Hier sind 5 Wirkungen auf deinen Körper, die du mit regelmäßigen Pull-Ups erreichen kannst. 1. Erhöhte Griffkraft Unabhängig davon, ob du eine Dose öffnen, Einkaufstüten tragen oder auf der Kletterwand deine Freunde so richtig beeindrucken willst. Griffkraft ist in vielen Situationen des Lebens wichtig und kann auch bei vielen Kraftübungen wie etwa Kreuzheben entscheidend für deine Maximalleistung sein. Mit Klimmzügen kannst du deine Griffkraft hervorragend trainieren. Denn schließlich musst du dein gesamtes Körpergewicht halten, während du dich mehrmals hochziehst. Mit der Zeit wirst du dadurch automatisch eine stärkere Griffkraft bekommen und so auch bestens für die bereits erwähnten Situationen vorbereitet sein. 2. Bessere Stimmung Sport bewirkt, dass du Glückshormone ausschüttest und somit deine Stimmung nachhaltig verbessern kannst. Diesen Effekt kannst du natürlich auch mit regelmäßigen Klimmzügen erreichen. Das ist unter anderem auch dann sehr hilfreich, wenn du Probleme mit Depressionen oder Angstsymptomen hast. Unabhängig von deinen persönlichen Voraussetzungen, mit Klimmzügen wirst du garantiert glücklicher werden. 3. Stärkere Muskulatur Klimmzüge sind eine hervorragende Übung, mit der du zahlreiche Muskeln im Körper trainieren kannst, die du im Alltag regelmäßig verwendest. Das Beste daran? Je nach Art der Klimmzüge kannst du damit unterschiedliche Muskelgruppen fokussieren. Mit einem weiten Obergriff triffst du zum Beispiel vor allem den Lat. Mit einem engen Untergriff in erster Linie den Bizeps. Natürlich sind noch viele weitere Muskelgruppen involviert. Genau deswegen stellen Klimmzüge auch einer der wichtigsten Fitnessgrundübungen dar. Wie sportlich bist du eigentlich so? Lass es uns in den Kommentaren wissen. 4. Gesündere Haltung Mit Klimmzügen kannst du deine Muskulatur stärken und so auch eine deutlich bessere und gesündere Haltung erreichen. So wirkst du automatisch selbstbewusster und hast auch ein erheblich geringeres Risiko für gesundheitliche Probleme. Klimmzüge machen lohnt sich also auf ganzer Linie. 5. Höhere Ausdauer Mit Klimmzügen kannst du zusätzlich zu deiner Kraft auch deine Ausdauer trainieren. Das gilt vor allem dann, wenn du viele Wiederholungen machst. Das ist auch gut so. Denn eine Kombination aus viel Kraft und hoher Ausdauer stellt die beste Voraussetzungen für außerordentliche Fitness dar. Versuch es am besten einfach. Wir sind uns sicher, dass dich die Effekte von regelmäßigen Klimmzügen absolut überzeugen werden. 5. Wie viele Pull-Ups schaffst du so? Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir sind uns sicher, dass auch du mit Pull-Ups deinen Körper deutlich verbessern kannst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und noch einen ausgezeichneten Tag.